Herzlich willkommen im Schlesischen Museum zu Görlitz, dem Museum für Geschichte und Kultur einer faszinierenden Region im Herzen Europas. Ein besonderer Schatz unserer Sammlung in Deutschland einzigartig ist unser Bestand von etwa 200 Hinterglasbildern. Farbenprächtig und bunt zeigen sie heilige, Szenen aus dem Leben Jesu und Gnadenbilder. Dabei ist jedes Stück ein handgemachtes Unikat. Fast alle entstanden in Kaiserswalde, dem heute polnischen Nasuwka im Glaserbergland, in der Zeit von 1750 bis um 1900. Hergestellt wurden sie von Glasmalern und Bauern im Nebenerwerb, um sie als Andenken an pilger-schlesische und böhmische Wallfahrtsorte zu verkaufen. Danach verschwand das Handwerk, verdrängt durch billige Farbdrucke. Geblieben sind diese faszinierenden Objekte, die wir in unserem Museum leider nur temporär ausstellen können, die es aber unbedingt verdienen, bekannter gemacht zu werden. Wir hoffen hierbei auf Ihre Unterstützung und auf Ihre Ideen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.